Servus zu einer neuen Folge von HCM TV. Diesmal nichts mit Heimkino, sondern hier geht es, wie ihr im Hintergrund schon seht, ums Kochen. Inspiriert bin ich worden von Mike, der sogenannten Star Mike aus Heimkino Branche, die kennen alle, hat mich inspiriert mit einem sogenannten Dutch Oven und ich möchte heute mit diesem Gerät oder mit diesem Topf, wie man auch immer sagt dazu, Spare Ribs machen. So, das ist hier dieser sagenumwobene Dutch Oven. Die erste Aktion wird sein, dass ich den Boden mit Bacon auslegen werde. Ich war so frei und habe das ganze schon etwas vorbereitet, sprich ich habe die Paprika geschnitten, ein paar Kartoffeln dazu und das bereits vor ein paar Stunden marinierte Fleisch. Die Zutaten kommen wie folgt jetzt rein. Als erstes machen wir mal die Paprika, ein paar Kartoffeln dazu, die Paprika, ein paar Kartoffeln dazu, die Paprika, so. Als nächstes kommt dann eine halbe Bier. Die sollte den Boden bedecken, aber nicht über den Paprika gehen, als nächstes kommt dann das Fleisch. Auf die oberste Schicht Barbecue-Sauce. 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 Dann die zweite Schicht. Ich hoffe, ich bring mal was. Ich hoffe, ich bring mal was verdienen. So, das wäre es So, los geht's. Schauen wir mal, ob das hinhaut. Und die oberen Kohlendrampf. So, zweieinhalb Stunden später sehen wir uns wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020